Hallo und recht herzlich willkommen zur feierlichen Übergabezeremonie der Abiturzeugnisse hier im Gymnasium am Stift Neuzelle. Meine Damen und Herren, liebe Familien, liebe Freunde hier vor Ort im Saal und auch Sie, die Sie uns per Stream zugeschaltet sind, wirklich von Herzen willkommen. Ich darf Ihnen jetzt hier im Saal bitte noch eine sehr, sehr wichtige Information für uns alle mitgeben. Ich bitte Sie wirklich, Ihr Handy auf Flugmodus zu schalten, sodass wir unseren Stream die ganze Zeit auch wirklich perfekt laufen lassen können. Es reicht auch nicht einfach nur lautlos. Wirklich bitte am besten nochmal nachschauen, nochmal schauen, ob wirklich der Flugmodus an ist. Das ist für hier vor Ort sehr, sehr wichtig. Lässt mir, meine Damen und Herren, die Sie uns aus der ganzen Welt jetzt hier zugeschaltet sind, nochmal die Zeit, auch Sie willkommen zu heißen. Es sind die besonderen Zeiten, die es leider nicht möglich machen, dass wir alle hier vereint sind. Aber auch das vielleicht einmal mehr die Möglichkeit, sich insbesondere an diesen Tag heute hier ganz, ganz besonders zu erinnern. Mein Name ist Diana Schell. Ich freue mich sehr. Es ist mir eine Ehre, Sie hier durch diese Zeremonie leiten zu dürfen. Und gerade in besonderen Corona-Zeiten, Sie sehen es hier, sind wir natürlich auf Abstand bedacht. Ich freue mich aber für die Abiturienten wahnsinnig, dass wir diese Zeremonie dennoch hier vollführen können. Denn was wäre es für ein Jahrgang, der ohne Zeremonie hier tatsächlich zu Ende gehen sollte. Also ich freue mich, dass wir hier alle so vereint sind. Und ich würde sagen, das ist genau der richtige Zeitpunkt, um jetzt unsere Abiturienten, Ihre Abiturienten hier feierlich einziehen zu lassen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 einem ganz, ganz besonderen Tag. Und ich freue mich, auch wenn wir hier so sehr, Sie vor allem, auf Abstand sind. So hoffe ich doch, dass wir irgendwie alle im Herzen hier umso mehr vereint sind. Und genießen Sie bitte diesen Tag, der natürlich zu besonderen Corona-Zeiten auch ein wenig anders verläuft, als er normal hätte stattfinden können. Aber wir sind hier vereint und Sie werden sich an diesen Tag ein ganzes Leben zurückerinnern werden. Einmal mehr, weil er dieser besondere Tag war, wo Sie zurückschauen auf das, was Sie erreicht haben. Voller Stolz und wo Sie jetzt mit ein wenig Nervosität vielleicht auch denken, was mag da wohl kommen. Ich wünsche Ihnen schon jetzt für die Zukunft alles, alles Gute und freue mich jetzt hier mit Ihnen zu übergeben an Ihre Campusleiterin. Und da bitte ich nach vorn, Daniela Sahui, bitteschön. Dankeschön, vielen Dank. Liebe, Entschuldigung, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur feierlichen Übergabe der Abiturzeugnisse am heutigen Tag. Schon bei meiner Begrüßung und angesichts des Datums wird klar, dass es sich um eine ganz besondere Feierlichkeit handelt. Denn eigentlich wollten wir eine Abiturfeier mit vielen Gästen am 12. Juni durchführen. Durch die rasante Ausbreitung des Covid-19-Coronavirus in der ganzen Welt und die damit verbundenen Auflagen gelten seit dem 18. März, dem Tag der Schulschlesung in Brandenburg, spezielle Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Virus auch für unseren Campus in Neuzelle. Der Abiturjahrgang 2020 ist von dieser schwierigen Situation in besonderem Maße betroffen. Von einem Tag auf den anderen war das Schulleben für die Abiturientinnen und Abiturienten beendet. Die traditionelle Motto-Woche und die Feier des letzten Schultages fielen leider ersatzlos aus. Als immer mehr Länder ihre Grenzen beschlossen haben und Quarantänebestimmungen zur Wirkung kamen, war klar, dass möglichst alle Abiturientinnen und Abiturienten, die im Internat wohnten, Neuzelle nicht verlassen konnten, ohne die Teilnahme am Abitur zu gefährden. Die Grenzschließung des Nachbarlandes Polen und die sehr strengen Regelungen in Polen gefährdeten schließlich die Teilnahme unserer polnischen Abiturientinnen und Abiturienten. Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg konnte schließlich erreichen, dass die Abiturientinnen und Abiturienten aus Polen anreisen konnten, ohne in Quarantäne gehen zu müssen. Und durch Zustimmung des Landkreises Odorspray konnten die polnischen Schülerinnen und Schüler auch in unsere Internate zurückkehren. Dafür bedanke ich mich beim Ministerium, bei dem Schulamt Frankfurt-Oder und bei dem Landratsamt. Die größte Herausforderung war es nun, die Durchführung der Prüfungen gemäß dem Hygienekonzept zu starten. Dies bedeutete konkret, dass pro 60 Quadratmeter fünf Prüflinge in einem Raum unter Wahrung der Abstandsregeln sein durften. Die Prüflinge mussten zeitlich gestaffelt einlaufen, es gab überall Desinfektionsmittel und die Prüfungsaufgaben wurden mit Handschuhen ausgeteilt. Dass all dies reibungslos geklappt hat, verdanken wir allen Lehrerinnen und Lehrern, sowie vor allen Dingen der Oberstufenkoordination mit Frau Rolle Koch und Herrn Jakob, bei denen ich mich an dieser Stelle herzlich bedanke. Des Weiteren möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Campus und der Zentralverwaltung in Leipzig für die großartige Unterstützung danken. Auch die Geschäftsführung der RAN Education hat uns unermüdlich dabei unterstützt, damit das Abitur für alle erfolgreich durchgeführt werden konnte. Als klar war, dass die Abiturfeier mit Gästen in diesem Jahr entfallen muss, hat sich der Geschäftsführer Herr Dietrich, der heute leider nicht persönlich anwesend sein kann, spontan dazu entschlossen, die Eltern für die ausgefallene Feier zu entschädigen. Daher erhält jeder Abiturient nachher zusammen mit seinem Zeugnis einen Restaurantgutschein für ein Essen im Wert von 100 Euro, damit die Familien miteinander noch etwas feiern können. Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen. Das eine bedeutet Gefahr, das andere Gelegenheit. Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, die Gefahr dieser unvorhergesehenen Krise habt ihr alle mit Bravour gemeistert. Denn ihr habt euch nicht beirren lassen und bis zu den letzten Prüfungen am Freitag habt ihr euer Bestes gegeben, um das Zeugnis der Reife zu erhalten. Wir werden heute im Laufe des Tages 19 Absolventen mit einer goldenen Scherpe sehen, die einen Durchschnitt von bis zu 1,5 erreicht haben. Davon haben fünf die Traumnote 1,0 erreicht. Es freut mich besonders, dass zwei der besten Absolventen aus dem Nachbarland Polen stammen. Unter den Westen ist neben einer Abiturientin aus China und einer aus Vietnam auch ein junger Mann aus Brandenburg, sodass sich das Besondere des Campus Internationale Ausrichtung auch an diesen Ergebnissen widerspiegelt. Ich bin davon überzeugt, dass diese Erfahrung für euch alle auch eine Gelegenheit ist, festzustellen, dass ihr gut gerüstet seid für die Herausforderungen der Zukunft. Und falls ihr trotzdem mal nicht wisst, wohin der Weg führen soll, könnt ihr den Kampass, den wir euch gleich als Erinnerung schenken werden, vielleicht nutzen. Ich wünsche euch alles Gute für eure Zukunft, viel Erfolg auf allen euren Wegen und beglückwünsche ich euch noch einmal zu eurem Abitur 2020. Dankeschön. Recht herzlichen Dank, Frau Sahui, für die schönen Worte. Und wir kommen nun zu Musik. Ich freue mich sehr, dass wir Live-Musik genießen dürfen. Ich bitte deswegen jetzt Martin Jakob nach vorn. Da ist er. Und wir werden jetzt ein Stück namens Dietro Casa hören. Komponist Ludovico Ainaudi. Viel Spaß. Ich glaube, hier bin ich ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wir können gerne applaudieren, auch wenn er es nicht hört. Ich hoffe, Sie haben es genauso genossen. Das sind natürlich die besonderen Momente, die natürlich Corona möglich macht. Normalerweise wäre er hier gewesen, aber ich denke, es hat sie genauso emotional bekommen und gecatcht, wie man so schön sagt. So, auch der Landrat des Landkreises Oderspree lässt es sich nicht nehmen, heute bei Ihnen zu sein und hat auch eine Botschaft für Sie, liebe Abiturienten, für Sie jetzt also Rolf Lindemann. Und ich sage nochmals, Film ab. Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, wenn Sie heute Ihre Abiturzeugnisse in den Händen halten werden, dann wird sich bei Ihnen ganz unweigerlich ein starkes Gefühl von Freiheit bemerkbar machen. Die Lasten der zurückliegenden Wochen werden urplötzlich von Ihnen abfallen und nach vorne öffnet sich der weite Blick auf eine grenzenlose Ebene der Chancen und der Möglichkeiten, die eigenen Vorstellungen künftig so zu verwirklichen, wie man das für richtig hält. Dieser Glücksmoment sollte Ihnen schlicht Lust auf Leben machen. Die erbrachte Leistung darf Sie darüber hinaus mit Stolz erfüllen. Dieses Ziel haben Sie ganz maßgeblich durch eigene Anstrengung, und zwar über eine Marathon-Distanz von 12 oder 13 Jahren erreicht. Gewinnen Sie daraus Selbstvertrauen und Ansporn, auch die vor Ihnen liegenden Herausforderungen mit dem gleichen Elan anzugehen. Ich wäre gerne, wie in den vergangenen Jahren, zu Ihnen gekommen, um die Freude über das Erreichte mit Ihnen zu teilen. Die weltweite Pandemie lässt das gegenwärtig leider nicht zu. Das ist schade, denn ich weiß, wie viele Ideen und Mühen Sie auf die Vorbereitung Ihrer festlichen Zeugnisübergabe und auf Ihren Abiball verwandt haben. Aber auch die Bewältigung einer Krisensituation ist eine wichtige Lebenserfahrung. Sie hat quasi einen eigenen Wert. Und mit dem Reifezeugnis wird Ihnen ja geradezu bescheinigt, dass auch widrige Lebensumstände Sie nicht aus der Bahn werfen können. Dass Ihr persönliches Glück weniger von den äußeren Umständen, sondern entscheidend davon abhängt, mit welchem Blick Sie in die Welt hineinschauen. Ich bin mir sicher, Ihre freundschaftliche Verbundenheit, Ihre Kreativität, Ihre Tatkraft lassen sich auch durch eine Eindämmungsverordnung nicht ausheben. Sie werden Gelegenheit finden, diesen Tag so zu gestalten und zu genießen, dass Sie ein Leben lang davon zählen können. Das Corona-Abitur 2020 wird ohnehin in unser aller Gedächtnis bleiben. Wir sollten uns aber den Optimismus von Queen Elizabeth zu eigen machen, die ja gesagt hat, nach der Krise werden wir uns alle wiedersehen. Nun aber genießen Sie zunächst einmal Ihren Erfolg. Bedenken Sie, das kleine Glückswölkchen, was Sie im Moment umfängt, wird seine euphorisierende Wirkung ohnehin nur wenige Tage verströmen. Dann werden Sie bereits zu neuen Ufern aufrechnen. Auch hierfür wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute. KPDM, Ihr Landrat Rolf Lindemann. Wir schicken ein Dankeschön-Gen-Stream, möglicherweise sieht er uns ja zu. Und liebe Abiturienten, ich freue mich sehr, dass wir jetzt zur offiziellen Festrede Ihrer Oberstufenkoordinatoren kommen. Und die sind hier vor Ort, deswegen freue ich mich einmal mehr. Ich bitte nach vorne, Manuela Arolle-Koch und Martin Jakob gerne mit Ihrem Applaus begleitet. Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, sehr geehrte Eltern und Gäste, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Wir sind mit Abstand die Besten. Dieser Ausspruch wird wahrscheinlich in vielen Schulen als diesjähriger Leitspruch der Absolventen des Abiturs 2020 in ganz Deutschland dienen. So auch in unserer Schule, wie wir heute noch erfahren werden. Doch was heißt es, mit Abstand Bester oder Beste zu sein? Und was speziell heißt es hier in Neuzelle? Abstand, das Wort kann und will sicher keiner mehr aktuell hören und es wird vielleicht auch zum Unwort des Jahres gekürt. Jedoch verbirgt sich hinter dem Begriff viel mehr als die hier sichtbar werdenden, noch immer geltenden Regeln der Distanz. Abstand, das Wort, so auch ein Sprachlexikon, ist ein Kompositum aus dem Präfix ab und dem Substantiv stand. Man kann das Wort auch mit verschiedenen weiteren Begriffen kombinieren und erhält immer neue Bedeutungen. Neben der uns mittlerweile sehr gut bekannten Aufforderung, doch bitte Abstand zu halten, kann man auch Abstand von etwas nehmen. So haben Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, als Jahrgang Abstand genommen, sich in Ihrer freien Zeit zurückzulehnen und nur auf bessere Zeiten oder Bedingungen zu hoffen. Sondern Sie haben zielstrebig gelernt und sich trotz einiger Irrungen und Wirrungen auf die Prüfungen vorbereitet, was die mit Abstand sehr guten Ergebnisse zeigen. Schon wieder der Abstand. Man findet in verschiedenen Fachlexika noch weitere Definitionen zu dem Begriff. So etwa Abstand, ein räumlicher und zeitlicher Zwischenraum oder die räumliche Entfernung zwischen zwei Punkten oder ein Zeitabschnitt zwischen zwei Zeitpunkten. Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, mit Sicherheit ist damit auch Ihr zeitlicher Zwischenraum. Zwischen der Einschulung hier an dieser Schule, für manche ist es sechs Jahre her, und dem heutigen Tag gemeint. Eine Zeit, die Sie mit Abstand betrachtet, ein Stück weit geprägt hat. Jeder von Ihnen hat sich in dieser Zeit qualitativ und quantitativ weiterentwickelt. Sie haben neue Fähigkeiten und Kompetenzen herausentwickelt und eine Persönlichkeit entwickelt, die Sie mit in die Zukunft nehmen, um neue Ziele zu erreichen, um neue, weitere Wünsche sich selbst zu erfüllen. Auch mit der Präposition ab kann man noch so weitere Worte kombinieren, zum Beispiel abschließen und abgehen. Heute ist der Tag, an dem ein wichtiger Zeitabschnitt in Ihrem Leben mit dem Erhalt Ihres Abiturzeugnisses abgeschlossen wird und Sie von Ihrer Schule, dem Gymnasium auf dem Campus Neuzelle, abgehen werden. Für Ihre neuen räumlichen und zeitlichen Zwischenräume, vielleicht zwischen Abitur und Beruf, zwischen Familie und der großen Freiheit, zwischen Nähe und Distanz, wünsche ich Ihnen viel Kraft, Motivation, Ausdauer und Mut, all die Abstände zu überwinden und Toleranz und Verständnis in der Welt zu finden. Alles Gute dabei und viel Glück! Wir sind mit Abstand die Besten. Dieser Ausdruck, Besten, impliziert etwas, was erreicht wurde, was messbar ist. Dazu möchte ich noch ein paar Zahlen erwähnen, die diese Aussage noch einmal untermauern. Wir haben in diesem Jahr 70 Abiturienten aus sechs verschiedenen Ländern an diesem Campus. Die haben in der Qualifikationsphase in den letzten zwei Jahren insgesamt 31.625 Punkte erreicht. Dazu kamen noch in den Prüfungen weitere 12.826, was ein Gesamtergebnis von 44.541 Punkten ergibt. Wie schon erwähnt wurde, haben 19 von ihnen sich eine goldene Scharpe verdient, dank eines Abschnitts von 1,5 und besser. Und fünf unter ihnen, davon vier aus verschiedenen Ländern, aus vier verschiedenen Ländern, haben das bestmögliche Ergebnis von 1,0 geschafft. Das ist natürlich mit Abstand eine hervorragende Bilanz am Ende ihrer Schullaufbahn. Meine persönliche Laufbahn wird immer mit ihnen in Verbindung bleiben. Denn meine erste Begegnung mit Schülern an dieser Schule war in ihrem Jahrgang. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, aber am 3. Mai 2018 begann mein Probetag an dieser Schule mit einer Stunde Mathematik in der Klasse 10a von Frau Krüger. Und das fünf Tage vor der Prüfung. Es herrschte Aufregung und Nervosität auf beiden Seiten. Von dieser Stunde weiß ich nur noch, dass es um Wiederholung von Prozent und Zinsrechnung ging. Und mir trotzdem, es wirklich ziemlich gut lief, ist mir ein gewisser blonder Schüler doch ziemlich in Erinnerung geblieben. Warum nur? Für mich war dies der erste Schritt in diese Schule. Und sie durften mich begleiten. Heute habe ich, haben wir die Ehre, sie auf ihren letzten Schritten in dieser Schule zu begleiten. Schritte, die einigen vielleicht leichter fallen, manchen aber auch sicher schwerer. Schließlich war diese Schule für die meisten unter ihnen in den letzten sechs Jahren ein Ort der Freude, aber auch manchmal ein Ort des Leidens. Ein Ort für Begegnungen und Erlebnisse, aber vor allem hoffentlich des Lernens. Und mit Abstand ist es auch sicher ein Ort für Erinnerungen. Auch ich werde immer gern Erinnerungen an den Abiturjahrgang 2020 haben. Erinnerungen an Zuspätkommler in Vorabiturklausuren, an unzählige Gespräche in Freistunden, an mitgebrachte Festmale in Klausuren, Prüfungen, bei denen alle statt nur einer Wahlaufgabe erfüllt wurden, aber auch werkwürdige Instrumente im Schulgebäude und Gesangseinlagen im Physikunterricht. Diskussionen über Klausuren, Abiturfächer und Berechnungen, aber auch über Mopedparkplätze und Zauberwürfe. Sie in diesem letzten Jahr begleitet haben zu dürfen, war mir eine besondere Ehre. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bei meinem Vorgänger Mario Westphal bedanken, der Sie bis zum letzten Jahr geleitet und geführt hat. Wenn Sie gleich Ihr Zeugnisempfang nehmen dürfen, ist es ein Beweis dafür, dass Sie es schaffen können, Ziele zu erreichen. Die Herausforderungen waren groß, die Hindernisse schwer, doch Sie haben es geschafft zu überwinden. Sie haben bewiesen, dass auch eine Pandemie Sie nicht davon abhalten kann, Ihr Abitur abzuschließen. Sie haben erreicht, was viele andere nicht haben, und darauf können Sie stolz sein. Doch bitte vergessen Sie bei all dem Überschwang nicht, wer Sie dorthin gebracht und begleitet hat. Und danken Sie denjenigen. Die sind zuallererst Ihre Eltern und Ihre Familien, die dafür die Grundlagen und die Rahmenbedingungen überhaupt erst geschaffen haben und ohne die sie nicht einmal existieren würden. Das sind es Freunde, ohne die das Schulleben sicher um einiges schwieriger und langweiliger gewesen wäre. Es sind aber auch die Tutoren und Lehrer, deren Ziel es war, immer Ihnen Inhalte zu vermitteln und Ihnen zu helfen. Auch wenn es bei Ihnen vielleicht nicht immer so ankam oder Ihnen so vorkam, aber all diese Menschen hatten und haben nur ihr Bestes im Sinn und dies verdient Anerkennung und Dankbarkeit. Und dieses Beste ist es, was ich auch Ihnen wünsche. Neben Gesundheit und Freude wünsche ich Ihnen, dass Sie Ihre Potenziale erkennen und nutzen können, um die Welt zu einem besseren und interessanteren Ort zu machen, wo auch immer Sie sind. Und wenn Sie an Ihre Schulzeit denken, hoffentlich tun Sie dies mit einem Lächeln und mit Dankbarkeit. Die Tür dieses Hauses wird für Sie nie ganz verschlossen sein und wir freuen uns auch immer über Berichte und Nachrichten, wie es Ihnen ergeht. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Arbischur. Recht herzlichen Dank, Frau Rollekoch und Herr Jakob. So, jetzt dürfen wir einmal schwer durchatmen, denn endlich ist es soweit. Liebe Abiturienten, gleich werden Sie Ihre Abiturzeugnisse in den Händen halten. Und ich finde selber, es gebührt keinem anderen die Ehre der Übergabe an Sie selbst und zwar demjenigen, der ganz nah bei Ihnen war, um mal etwas anderes als Abstand zu sagen, ganz nah bei Ihnen Sie gefördert hat, Sie begleitet hat als Ihr Tutor. Und deswegen bitte ich jetzt zur Übergabe nach vorn, Regine Krüger. Ihr Applaus, Krüger. Ja, ihr Lieben, da sitzt ihr nun. Ich habe auch eine kleine Rede vorbereitet, die ich euch jetzt doch noch als letzten Lehrervortrag bringen möchte. Werte Gäste, liebe Eltern im In- und Ausland, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, vor drei Jahren seid ihr angetreten, hier euren nächsten Bildungsweg abzuschließen, nämlich mit dem Abitur. Wir haben uns in den Skillstunden oft darüber unterhalten, dass ihr Ziele haben sollt und einige von euch haben tatsächlich auch Ziele aufgeschrieben. Ich möchte eine goldene Scherpe tragen. Ich bin stolz auf euch. Acht von euch haben es geschafft. Ganz super. Ihr werdet mir sehr fehlen. Eure Diskussionen im Wirtschaftsunterricht, denn Sprache ist ein wichtiges Instrument. Ihr könnt eure Vorstellungen formulieren und dann auch durchsetzen. Manchmal ist Sprache auch wichtig, um eine Prüfung zu bestehen. Auch das habt ihr bewiesen. Mir wird eure Verzweiflung im Mathematik- und Informatikunterricht fehlen, die ihr versucht habt, mit Hartnäckigkeit herunterzukämpfen oder mit Gelassenheit zu ignorieren. Das ist eine Stärke, die ihr pflegen solltet. Ihr solltet euch immer auf das Wesentliche konzentrieren. Euch hat es keiner übel genommen, dass ihr dann doch mal gelassener gewesen seid. Ihr habt bewiesen, dass ihr dann euch konzentrieren könnt und tatsächlich etwas erreichen könnt. Eure Zielstrebigkeit, euren Fleiß, eure Beharrlichkeit werde ich vermissen. Denn es ist keine Schande, nichts zu wissen, sondern eine Schande, nichts lernen zu wollen. Das Lernen wird euch allerdings euer Leben lang begleiten, das könnt ihr mir glauben. Nur dürft ihr an vielen Stellen ab jetzt selbst wählen, was ihr lernen wollt. Einige von euch waren immer sehr ruhig. Man hat sie kaum bemerkt. Aber wenn Initiativen gebraucht wurden, dann wart ihr da. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Ihr habt die anderen motiviert. Ihr habt sie zu höheren Leistungen gebracht. Und das ist euer Verdienst. Ich werde die Ruhigen und die Lauten von euch vermissen. Die Partymäuse, die Sportler unter euch und natürlich auch die Musiker. Eure Pausengesänge werden jetzt andere übernehmen müssen. Bewahrt eure Schulfreundschaften. Aber verliert nicht die eigenen Ziele aus dem Auge. Einige von euch sind aus dem Ausland zu uns gekommen. Sie werden vielleicht, vielleicht auch sicher, in Deutschland studieren und später wieder in ihre Heimatländer zurückkehren. Wenn ihr zurückkehrt, vergesst uns nicht. Wir haben viel von euch gelernt. Und das werden wir auf unseren weiteren Lebensweg mitnehmen. Ich wünsche allen von euch viel Erfolg, Zuversicht und Freude auf eurem weiteren Lebensweg. Und jetzt zu den Zeugnissen. Ich rufe auf zur Übergabe der Zeugnisse. Samantha Barz, Caroline Breite, Ben-Chin Chau, Jenny Dell und Hesham El-Baroudi. Ich rufe auf der ganzen Welt. Ich rufe auf unsere Lebensweg. Ich rufe auf unsere Lebensweg. Ich rufe auf alle Lebensweg. Ich rufe auf alle Lebensweg. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich gratuliere ganz besonders Carolin Breite für einen Abiturdurchschnitt von 1,5. Und Wengqin Zhao, sie hat den Klassenbestendurchschnitt der 12a und einen Abiturdurchschnitt von 1,0. Ich rufe weiter zur Übergabe der Zeugnisse. Xiao Wen Fan, Sina Isabel Fischbach, Paul Jakob Friedrich, Hubert Fiek und Lukas Götze. Musik 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 Und auch hier sehen Sie eine goldene Scherpe, die hat Xiao Wen Fan mit einem Notendurchschnitt von 1,2. Musik 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 Ich rufe zur Zeugnisausgabe. Moritz Günther, Johann Yin, Sophie Käß, Melina Loubenow und Daniela Luca. Musik 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 Amen. Amen. Besondere Gratulation an Melina Lubeno mit einem Durchschnitt von 1,3. Ich rufe zur Zeugnisausgabe Kim-Emily Luckmann, Kira Natke, Tran Lamnuyen, Katja Pohle und Dominik Rampas. Amen. Amen. Musik Dafür nochmal herzlichen Glückwunsch. Applaus Musik Und ich rufe zur Zeugnisausgabe Franjo Rötig, Gregor Schröter, Anna Schuster und Sophie Wahren Musik 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 Scherpen haben erhalten, Franjo Rötig, der hat am heißesten Tag des Jahres um 12 Uhr mittags mit seiner Sportprüfung die 1,4 klar gemacht. Ebenfalls 1,4 Gregor Schröter und Marie-Sophie Waren mit 1,2. Applaus 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 Wenn Sie jetzt Ihre Augen sehen könnten, Sie strahlen alle, es ist ein Traum. Also genießen Sie diesen Moment und einmal mehr ihn zu genießen, werden wir jetzt eben den Moment haben über Martin Jakob am Klavier. Wir hören jetzt My Life von Billy Joel. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vorstellen und später auch übergeben darf Es geht um den Schüler Jakob Jakowski Der sich in den wenigen Jahren hier in Deutschland Die Schule besucht hat Durch intensive Hervorragende Leistungen bereits Hervorgetan hat Aber nicht nur Jakob Jakowski Auch eine Reihe Von anderen Schülern und Schülern Die jetzt das Abitur bestanden haben Haben gute Hervorragende, beeindruckende Leistungen gezeigt Ich gratuliere Ihnen allen, liebe Abiturienten Und Abiturienten Denn ein Abitur im Gymnasium im Stift Neuzelle Ist nicht so einfach Es ist ein Abitur Unter guten Bedingungen Aber mit Sehr deutlich herausragenden Anforderungen Ich bedanke mich daher auch Bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Den Lehrern Der Schulleitung Und natürlich auch der Geschäftsführung in Leipzig Bei dem Engagement für diese wunderbare Schule Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute Ich bin sicher, Sie werden Ihren Weg finden Und glaube weiter, dass Sie auch So wie Sie in der internationalen Schule begonnen haben Sich weiter global engagieren werden Also alles Gute, herzlichen Glückwunsch Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft Und ich bin sicher, Sie werden Voller Erfolg in Ihrer Leben Vielen Dank Vielen Dank Bye Karl Fischer Liebe Abiturienten Auch Sie selbst wollen es sich nicht nehmen lassen Hier jetzt noch ein paar Worte An Sie selbst An Ihre Familien zu richten Also ich bitte jetzt die Abiturienten Vertreter nach vorn Die jetzt gerne was sagen möchten Bitte schön Nachdem man einen großen Berg bestiegen hat Findet man nur heraus Dass es noch viele weitere hohe Berge zu besteigen gibt Nessen Mandela Liebe Abiturienten Liebe Abiturientinnen Liebe Eltern Liebe Lehrer Und Gäste Wie unser weiser Mitschüler Lukas Götze Eins sagte Da gibt es nichts in diesem Internet Diesem Problem traten wir auch beim Verfassen dieser Abi-Rede entgegen Leider gibt es nämlich noch kein wirklich gutes How-to-Abi-Rede Oder wie verpasse ich eine gute Abschlussrede Zwei Tage vor der Abgabe für Dummies Aber wie Sie jetzt wahrscheinlich sehen Haben wir auch diese Hürde zusammen mit vielen anderen in den letzten Jahren überwunden Wenn wir gerade schon von Hürden sprechen Dabei reden wir natürlich nicht nur von der aktuellen Situation In der wir unsere Abiturprüfungen gemeistert haben Sondern von dem allgemeinen Chaos Welcher uns als Jahrgang ausmacht Allein der Name Gregor Schröter Wird bei einigen Lehrern Noch jahrelang einen kalten Schauer auslösen An diese ereignisreiche Zeit Möchte ich, Caroline Breite Mich heute gemeinsam mit Ihnen erinnern Alles begann mit der Vorfreude darauf Endlich eine Schule besuchen zu dürfen Welche Hogwarts schon recht ähnelt Auch ohne Magie und sich bewegender Treppen Verliefen wir uns als Siebenklässler Oftmals in den zahlreichen Gängen und Pluren der Schule Durch die Klosterrallye und die Kenntnertage Fanden wir uns dann doch irgendwann zurecht Wobei das Finden des Raums 218 Auch bei Zwölfklässlern bis zum Schluss Noch für große Verwirrung sorgte Wie es aber nun bei Säugetieren In einer Gruppenformation üblich ist Bildeten sich immer einige Leittiere in der Herde aus Welche nicht nur bei Orientierungsproblemen Sondern auch beim Planen von Events Oder schweren mathematischen Gleichungen Wie 7 minus 5 Stets einen kühlen Kopf bewahrten Und die Herde an Ziel brachten Glücklicherweise wurden somit einige Mitglieder Vor der natürlichen Selektion Des grausamen Schullebens bewahrt Natürlich hat jeder Schüler Durch seine individuellen Kompetenzen Entsprechende Stärken und Schwächen Neben dem alltäglichen Chaos Zeichnet unser Jahrgang jedoch auch Eine immense Hilfsbereitschaft untereinander aus Welche das ein oder andere Defizit des einzelnen ausgleichen Und definitiv nicht selbstverständlich ist So fand kurz vor den geliebten Bio-Klausuren Ein intensiver Stoffaustausch statt Bei dem versucht wurde Noch einmal den Stoff eines Halbjahres Innerhalb der letzten 5 Minuten zu vermitteln Auch bei den Hausaufgaben Unterstützen wir uns natürlich gegenseitig So schaffte es die damalige Klasse 9a Im Geografieunterricht mit nur drei Blättern Die gesamte Klasse zu versorgen Bis heute gehen wir davon aus Dass diese Aktion nie bemerkt wurde Leider funktionierte das nicht immer Wodurch wir das eine oder andere Mal auch aufflogen Eigentlich sogar sehr oft Das blieb natürlich nicht das einzige denkwürdige Ereignis So zeigte sich unser Zusammenhalt Auch in einer anderen Geografiestunde der 8a Gregor fiel ein Lineal herunter Da es den Unterricht stören würde Verbot Herr Schmidt das Aufheben des Lineals Nach und nach landeten Federtaschen, Hefter Oder auch Flaschen von 26 weiteren Schülern auf dem Boden Wie Sie sehen hatte es Herr Schmidt wirklich nicht leicht mit uns Aber auch andere Lehrer und die Internatserzieher Kamen auf ihre Kosten So wurde beim Knödelgarn möglicherweise von einigen unserer Mitschülern Ein Feueralarm ausgelöst Die Beteiligten werden wir hier natürlich zu ihrem eigenen Schutz Nicht namentlich benennen Aber besonders die Klassenfahrten Werden uns und wahrscheinlich auch unseren Begleitpersonen Immer in Erinnerung bleiben Egal wie fragwürdig die Unterkünfte auch waren Haben wir immer eine Menge Spaß gehabt Neben beschwerlichen Märschen durch den Ostseesand Einer Nachtwanderung unter den Gleisbetten der Sächsischen Schweiz Unbefugten Betreten von Friedhöfen In welcher möglicherweise Zäune mit leichter Gewalteinwirkung überwunden wurden Hierbei ist es anzumerken, dass wir diesmal wirklich nicht schuld waren Gab es natürlich auch ein Schnitzelwettessen Basierend auf dem reichhaltigen Lebensmittelangebot von Krakau Oder spaßigen Unternehmungen mit Fresh A und Fresh F in London Nach jahrelangen Nerven auf reinen Nachtschichten Gaben die Lehrer in der 10. Klasse dann doch ihren immer stärkeren Auftretenden Schlafdefizit nach Ganz zugunsten der Schüler Deren einziges Problem nun darin lag Frau Neumanns Erwartung Wach um 7 Uhr morgens auf der Matte zu stehen nachzukommen Das schafften wir je nach Person mehr oder weniger gut Sämtliche Aktionen dienten nicht nur der Unterhaltung Sondern auch der fabelhaften Integration neuer Mitschüler Welche mit offenen Armen empfangen wurden Es vermischten sich Kulturen und Traditionen von Deutschland China über Polen und Vietnam bis hin zu Ägypten So kennt nun vermutlich jeder von uns mindestens ein typisches Welmitzer Fastnachtslied Schlussendlich wurden uns besonders durch die Multikulturalität unserer Schule Wichtige Werte wie Toleranz, Respekt und Akzeptanz Als auch Achtung, Höflichkeit und Vertrauen vermittelt Werte, welche in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung gewinnen Und für jeden unentbehrlich sind Bei der Vermittlung dieser Prinzipien haben vor allem unsere Lehrer einen aktiven Teil geleistet Ein besonders großer Dank geht hierbei an unsere Tutorinnen Frau Schneider, Frau Krüger und Frau Neumann für die permanente Unterstützung Für ihre offenen Ohren und den ein oder anderen Tritt in die richtige Richtung Danke Frau Krüger für die farblich koordinierten USB-Sticks und Info Und dem nie zu Ende gespielten Monopoly im Wirtschaftsunterricht Danke Frau Neumann für ihr unendliches Engagement im polnisch und englisch Unterricht Obwohl der entsprechende Fokus der Schüler nicht immer auf dem Unterrichtsgegenstand lag Sie ließen sich nie ihre Motivation nehmen und bemühten sich bis hin zum Schluss Uns irgendwie die polnische Sprache näher zu bringen Danke Frau Schneider für ihre ausgezeichneten Ratschläge bei Erkältungen So wurden Ingwer-Tee untermalt mit Chili zum absoluten Geheimtipp Des Weiteren waren sie der Hauptmotivator für den 6-Kilometer-Lauf Der bei den Schülern aus unerklärlichen Gründen immer nur auf verhaltene Begeisterung gestoßen ist Natürlich haben uns auch andere Lehrer bis hin zum Abitur begleitet und tatkräftig unterstützt Beispielsweise Herr Götze Der sich bis spät in die Nacht mit der Kombination unserer Stundenpläne auseinandergesetzt hat Des Weiteren ist auch seine Bemühungen des Zeichnens der Zahl 4 erwähnenswert Ja liebe Eltern, diese Kunst hat eine 4-minütige Diskussion während des Matheunterrichts ausgelöst Ganz tapfer hat sich auch Herr Fischer mit seinen drei Physikgrundkursen geschlagen Immer wieder ist er fast durchgedreht, wenn seine Lieblingsdöde mal wieder zu inkompetent waren Um das Idiotendreieck anzuwenden Aber wie Alexandra Strelinska bereits feststellte Wird uns das Idiotendreieck nicht dabei helfen Formeln zu verwenden, wenn unser IQ bei unter 50 liegt Dem Charme des Physikleistungskurses, liebevoll Physikgrundkurs 3 genannt Konnte auch Frau Habermann nicht entkommen So standen regelmäßige Gesangseinlagen und Blumenpräsente auf der Tagesordnung Welche dann doch die ein oder andere Wissenslücke überspielte Frau Schini macht uns nicht nur fit für das Bioabitur, sondern auch fit für das anstehende Studentenleben Wir werden nun immer gut auf unsere Schuhe achtgeben Des Weiteren versüßte sie uns oft die gestressten Tage mit süßen Präsentationen und kleinen Leckereien Auf die Frage hin, ob Frau Heinz eigentlich Bio- oder Chemieabitur geschrieben hat Lachte sie nur und antwortete, ich bin doch nicht lebensmüde Trotzdem unterstützte sie die anscheinend suizidalen Prüflinge mit massig Material und enormen Abschreibarbeiten Welche dem ein oder anderen Bioabiturienten während der Prüfungen vermutlich doch das Leben retteten Vielen Dank Frau Hämmerling für die vielen Jahre prall gefüllt mit Marmorstein und Eisenbricht Hava Nagila Hava und der Europa-Hymne auf Chinesisch Aber natürlich auch für ihre aufopferungsvolle Arbeit mit dem Chor, die ja auch nicht immer unproblematisch verlief Nicht wahr, Franjo? Auch unseren Deutschlehrern Frau Altmann, Frau Westphal und Herr Schmidt möchten wir ein Dankeschön aussprechen Dass sie uns trotz großem Durcheinander bestmöglich durchs Deutschabitur begleitet haben Die Gedichtsinterpretation über Leberwurstbrote, Ikea-Regale und dem eigentlichen Sinn des Lebens Ja, das alles war in einem Gedicht, waren definitiv das Beste, was uns und Ihnen hätte passieren können Als Schulleiter unterstützten uns liebevoll Herr Budach, Herr Tomkinson, Frau Welkisch, Herr Lauris und Frau Sauhaui Sie sorgten für einen reibungslosen und abwechslungsreichen Schulalltag und haben uns stets respektvoll und wertschätzend behandelt Schlussendlich kommen wir nun zu unseren geliebten Oberstufenkoordinatoren, Herr Westphal, Herr Jakob und Frau Rolle Koch Trotz dem ganzen Trubel und der Strapazen der letzten Jahre haben sie sich jeden unserer größeren und kleineren Probleme angenommen Und sind stets liebevoll beraten Der größte Dank gilt natürlich unseren Eltern Danke für eure treue Unterstützung über die letzten Jahre Schlussendlich könnt auch ihr heute eure erfolgreichen Lieblinge im Wert eines Kleinwagens bewundern Und feiern Ohne euch würde keiner von uns heute hier sitzen Ihr habt uns damit einen wertvollen Lebensabschnitt ermöglicht, der uns auch in der Zukunft noch viele Türen öffnen wird Liebe Mitschüler Die letzten Jahre waren voller Höhen und Tiefen Lustige Ereignisse und anscheinend unüberwindbaren Problemen, die wir schlussendlich gemeinsam lösten Wir sind uns sicher mit dem Gedanken, dass wir alle gerade das Gefühl erleben, unendlich viel Zeit auf dieser Erde zu haben Verständlich, da wir als frische Absolventen ja noch am Anfang unseres Lebens stehen Unsere Schulzeit beeinflusst ungemein unsere Sichtweise auf das Leben und die Welt, in der wir uns befinden Idealerweise soll unsere Zukunft genauso erfüllend sein, wie die letzten Jahre, die wir als Schüler verbracht haben Dennoch ist das Leben nicht immer einfach und nicht immer erfüllend Es bringt Enttäuschungen mit sich Erst dadurch zeichnet sich das Leben so aus, wie es nun mal ist Umso besonderer ist auch der Zustand, dass all unser Leben mal ein Ende finden wird Genau dies wird uns jetzt mit dem Abschluss dieses besonderen Lebensabschnittes umso bewusster Und gerade an einem solchen Tag wie heute ist es von besonderer Wichtigkeit, sich darauf zu besinnen, dass Zeit nicht nur begrenzt ist, sondern auch Glück bedeutet Darum ist es umso essentieller, dass ihr eure wertvolle Zeit nicht damit verschwendet, auf Ziele, Vorstellungen und Forderungen anderer hinzuarbeiten und euch diesen anzupassen Vieler strebenswerter ist es, ein Leben zu kreieren, welches sich andere später zum Vorbild nehmen können und einen selbst glücklich macht Kämpft für eure Werte und Ziele, die euch am Herzen liegen, egal wer oder was sich euch in den Weg stellt Denn auch wenn das Leben nicht immer fair und einfach erscheint, gibt es doch nichts Besseres, als mit einem guten Gewissen nichts ausgelassen zu haben, den Tag zu beenden Es ist immer einfach, sich an so einem wunderbaren Tag wie heute voller Hoffnung und Glück zu fühlen und daran fast zu platzen Vor uns werden im Laufe der Jahre noch viele nicht so schöne Tage liegen, Tage, an denen man sich allein und unfähig fühlt An denen diese Hoffnung und das Glück umso wichtiger und von viel größerer Bedeutung sind Wir müssen stärker sein, als das, was uns runterzieht und daran wachsen Während wir uns heute hier so umsehen, fallen uns viele Gesichter von geliebten und geschätzten Menschen auf Welche uns geprägt haben und zu den Persönlichkeiten machten, welche wir heute sind Dieser Tag wird von uns mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachtet, vor allem da wir uns nun verabschieden müssen Wir besaßen das Privileg, mehrere fantastische Jahre zusammen verbringen zu dürfen, auch wenn diese Ära jetzt zu Ende geht Und doch sind wir uns sicher, wir werden uns nie ganz vergessen Jeder von uns wird ein kleines Stück des anderen und der gemeinsamen Erlebnisse in sich tragen und stets mit sich führen Haltet an diesen wunderschönen Erinnerungen und natürlich an Frau Kürbs kleiner Weisheit Nicht denken, sondern lesen fest Dankeschön Danke Caroline Für diese schönen Einblicke und ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass es keinen Leitfaden gibt Wie schreibe ich eine Abschlussrede, weil dann hätten wir niemals so eine schöne Rede gehabt Es war toll, Dankeschön So, ich sage jetzt zum allerletzten Mal für heute Film ab, denn wir haben noch eine schöne Botschaft für Sie Wir waren mit Abstand die Besten Das hätte vorher unser Motto sein sollen Jedes Jahr wurde die Vorfreude auf unseren Abschluss, unseren Abi-Ball und alles, was dazu gehört, immer größer Wir dachten, 2020 wird unser Jahr Und es ist auch unser Jahr, nur eben ein bisschen anders, als wir uns vorgestellt haben Aber fangen wir doch nicht mit 2020 an, sondern mit 2014, dem Jahr, in dem wir auf das Gymnasium Neuzhelle wechselten Einige kannten sich schon aus der Grundschule oder aus dem Kindergarten, somit blieben wir anfangs noch in diesen Gruppen Doch nach und nach haben sich immer mehr Freundschaften ergeben, wovon viele bis heute noch erhalten sind Sie haben verschiedene Kulturen kennengelernt und viele Menschen aus anderen Ländern, was etwas sehr Besonderes ist Natürlich haben sich auch schon direkt am Anfang die Jahrgangsclowns deutlich gezeigt, die sich auch bis heute noch treu geblieben sind Doch auch die, die am Anfang etwas zurückhaltender waren, haben sich in den Jahrgang mit eingebunden Trotz vieler Meinungsverschiedenheiten haben wir uns am Ende immer wieder zusammengerauft Ein gutes Beispiel dafür ist unser erstes Fass im Fass an der Ostsee, wo unser Zusammenhang gestart wurde Alle haben sich über die Unterkunft aufgeregt und waren einer Meinung, wie sie echt grauenhaft Dann war schon ein Jahr rum und wir waren in der achten Klasse Damals haben wir zu den Größeren aufgesehen und es war was Besonderes, Freunde in den höheren Klassen zu haben Wir konnten uns nicht vorstellen, wie es ist, selbst zu den Großen zu geraten Bis wir dann schon in der neunten Klasse waren und der Sek 2 immer näher rückten Dies war das letzte Jahr in unserer gewohnten Klasse Denn in der zehnten Klasse wurden wir neu aufgeteilt Nicht alle waren damit zufrieden, sich neu einlegen zu müssen Durch die Prüfungen in der zehnten Klasse erlangten wir nun endlich unseren ersten Abschluss Zwischendurch haben uns auch ein paar Schüler verlassen, egal ob durch ein Auslandsjahr oder einen Schulwechsel Dann kam auch schon die Sek 2 und wir waren schon fast die Größten Die 11. Klasse war mental sehr anstrengend Die Erwartungen stiegen und wir schrieben 14 Klausuren Ganz schön viel Einige unter uns waren auch Profis und gaben Klausuren beispielsweise schon nach 30 Minuten ab Wir hatten nie unseren richtigen Klassen, da wir alle auf verschiedene Kurse aufgeteilt waren So hatte man mit jedem einem etwas zu tun und es blieb immer schön abwechslungsreich Und langsam bemerkten auch wir, dass unser Abitur immer näher rückte Wir waren nun die Ältesten und bemerkten, dass die jüngeren Klassen immer respektloser wurden Das hätten wir uns in deren Alltag je über zwölf Klässler nicht vermittelt Auf einmal ging alles ganz schnell Wir hatten ein sehr kurzes erstes Halbjahr, welches nur bis Dezember ging Im zweiten Halbjahr wurde viel Wert darauf gelegt, uns so gut wie möglich aufs Abitur vorzubereiten Was auch gut war, da es leider eher endete als gedacht Corona obert die Welt und nahm uns alle unsere Vorhaben, die schon lange geplant waren Unsere Motto-Woche, eine traditionelle Zeugnisübergabe und auch unser Abiball Nichts lief so wie geplant und alles ging drunter und drüber Die Sorge um unseren Abschluss wuchs Anders als sonst konnten wir nicht zusammen lernen oder uns in der Schule noch einmal etwas erklären lassen Geschweige denn wussten wir, ob die Prüfungen überhaupt geschrieben werden Einfach niemand wusste genau Bescheid Ziemlich nervenaufreibend Dabei ist das Abitur unter normalen Umständen schon keine angenehme Zeit für die Schüler Wir sind der Jahrgang, der wohl nie in Vergessenheit geraten wird Wir haben ein ganz besonderes Abitur, welches wir wirklich mit Abstand am besten gemeistert haben Abstand, da wir selbst bei unseren Prüfungen den geltenden Abstand von 1,50 Meter wahren mussten Was für ein Drama In erster Linie möchten wir uns bei den Lehrern und der Schule bedanken, die uns unseren Abschluss ermöglicht haben Den Lehrern insbesondere, da sie uns all die Jahre ertragen und ihr Bestes gegeben haben Uns den Stoff beizubringen, egal wie verzweifelt es war Besonders hier wollen wir uns bei unseren Tutoren Frau Schneider, Frau Krüger und Frau Neumann ganz herzlich bedanken Sie haben uns besonders in den letzten zwei Jahren unterstützt und uns zur Seite gestanden Aber auch ein großes Dankeschön an Herr Jakob, der für uns alles organisiert und geplant hat Der uns zum Schluss die Möglichkeit gab, das Beste aus unserem Abitur rauszuholen Aber auch Herr Gütze, der bis spät in den Nachhinein der Schulerseits Pläne verfasst hat und auch nur das Beste für uns Abiturierende wollte Richten wir hiermit ein mega Dankeschön aus Ebenso bedanken wir uns bei der Schulnetto und dem gesamten Schulpersonal Und natürlich auch bei den Servicekräften, die die Schule immer sauber und ordentlich gehalten haben Und bei den Mitarbeitern aus der Mensa, dank denen wir täglich ein leckeres Mittagessen hatten und einen saftigen Nachschlag Und natürlich nicht zu vergessen sind unsere Eltern, die uns während der kompletten Schulzeit begleitet, geholfen und ertragen haben Ohne diesen Rückhalt wäre es um einiges schwerer gewesen Das größte Dankeschön geht jedoch an unseren Jahrgang selbst Ohne diesen Jahrgang, ohne diese Freundschaften und ohne die permanente Unterstützung untereinander Wäre es nicht mal halb so schön gewesen und zudem sicherlich um einiges schwerer Wir hatten zwar keine richtige Motto-Woche, keine traditionelle Zeugnisausgabe und erstmal einen provisorischen Abiball Und nun sitzen wir trotzdem alle gemeinsam hier und erhalten unser Abitur Wir beglückwünschen jeden, der gleich sein Abiturzeugnis in den Händen halten wird Und wünschen euch weiterhin alles Gute auf eurem Weg und wir freuen uns, euch in der Zukunft wieder zu sehen Was wir euch noch sagen wollen Wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere Tür Corona hat uns die Tür zu unserem traditionellen Abschluss zugehalten Doch wir haben eine andere Tür geöffnet und unser Ziel trotzdem erreicht Das wird immer im Leben so sein Personen halten euch Türen zu euren Erfolgen und Zielen zu Aber ihr dürft euch davon nicht unterkriegen lassen Behaltet euer Ziel immer fest im Auge und lasst euch von eurem Weg nicht abbringen Ihr könnt Großes erreichen, solange ihr an euch selbst klappt Hier beginnt ein neuer Lebensabschnitt Macht das Beste draus Ja, Prost! Toll! Frau Sarui, ich würde Sie gerne nochmal für abschließende Worte hier nach vorne bitten und sagen jetzt schon Dank Liebe Abiturientinnen und Abiturienten Ihr seid jetzt schon fast unsere ehemaligen Schülerinnen und Schüler Es dauert nicht mehr lange Sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen Ich hoffe, dass alle Gelegenheit haben, diesen Tag noch ordentlich zu würdigen Uns ist es leider verwehrt, dass wir das hier in einer Sporthalle im üblichen Rahmen tun können Aber ich hoffe sehr, dass alle da noch eine schöne Gelegenheit finden, mit ihren Eltern und Familien zu feiern Dazu wünsche ich viel Spaß und für den weiteren Wink alles, alles Gute Hiermit endet der offizielle Teil unserer Abiturfeier Ich bitte aber noch sitzen zu bleiben, weil es gibt noch einen kleinen Nachschlag Dankeschön und viel Spaß Dankeschön, Frau Sarui Und was wäre eine traditionelle Zeugnisübergabe ohne den traditionellen Hutwurf Also bitte ich Sie jetzt, liebe Abiturienten, hier nach vorne zu kommen Ich gehe auch ein bisschen in Abstand Kommen Sie bitte nach vorne Denn wir werden jetzt, und damit zitiere ich das nochmals, aber es ist wie es ist Wir werden jetzt den mit Abstand schönsten Hutwurf aller Zeiten hier miterleben Und ich freue mich schon, dass Sie, liebe Familien, liebe Eltern, das jetzt hier auch mitfilmen Ihnen am Stream schon jetzt viel Spaß Und ich würde sagen, auf Countdown geht es los Also, Sie dürfen gerne mitmachen Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins Und Hut nach oben Wow Wir sagen Dankeschön, alles, alles Gute Und also, ich kann mich nur den Worten, ich weiß es gar nicht mehr, wer es war Aber jemand sagt auf alle Fälle, bleiben Sie hungrig und verrückt Auf alle Fälle war Steve Jobs, ich glaube, der Pfarrer hatte es gesagt Dem kann ich mich nur anschließen Und ich sage jetzt an Sie im Stream Hiermit ist jetzt der offizielle Part beendet Ich hoffe, Sie hatten viel, viel Freude mit Ihren Liebsten Wir sagen zu Ihnen am Stream Auf Wiedersehen, machen Sie es gut Und haben Sie noch einen sehr, sehr schönen Tag Und dann haben Sie jetzt den Blick » Hieralie Сейчас Ich bin ich bin Ich bin grateful du Ich bin Ich bin Ich bin Untertitelung des ZDF, 2020